Mit TIM seid ihr ohne eigenes Auto günstig und umweltschonend mobil. Einfach über die TIM-App euer gewünschtes Auto buchen, mit der TIM-Karte oder dem Handy das Auto öffnen und los geht's. In der Grazer Innenstadt gibt es übrigens anstelle des TIM-Standorts Andreas-Oferplatz zwei neue Ersatzstandorte. Einen in der Schmidtgasse und einen hier in der Kalkberggasse. Alle Infos zu TIM und wie ihr TIM-Kunde werdet unter tim-graz.at